Untertitelung des ZDF, 2020 Er hat seine Gerechtigkeit der Welthofenwaren, Alleluia, Alleluia. Er hat seine Gerechtigkeit der Welthofenwaren, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Mit diesem musikalischen Gruß gratuliert der Rundfunkchor Berlin, dem Rundfunksinfolieorchester Berlin und dem Rias Kammerchor sehr herzlich zu ihren diesjährigen Jubiläen. 100 Jahre RSB und 75 Jahre Rias Kammerchor. Wir sind sehr froh, mit diesem von uns hochgeschätzten Partnerensemble in der ROC einen so wunderbaren Chor zu wissen, der mit seinem Repertoire und außerordentlichen Qualitäten weltweite Reputation genießt. Gemeinsame Akzente konnten wir unter anderen legendären Gelegenheiten, zum Beispiel schon mehrfach bei Elgas' The Dream of Dorontius setzen. Mit dem RSB verbinden wir Erinnerungen an unzählige fantastische Konzerte sowie Radio- und CD-Aufnahmen. Seit Jahrzehnten zur Tradition geworden ist die jährliche gemeinsame Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie zu Silvester. Als Städtenbegleiter unseres beliebten Mitzing-Konzerts haben wir das RSB ebenso an unserer Seite, wie auch bei interdisziplinären Formaten wie The World to Come, inspiriert von Beethovens Missa Solemnis. Diese führen wir übrigens am 12. November in ihrer Originalfassung wiederum mit dem RSB und zum ersten Mal mit Wladimir Jurowski in der Philharmonie auf. Wir freuen uns mit unseren ROC-Partner-Ensembles und sagen herzlichen Glückwunsch, liebes RSB und lieber Rias Kammerkor. Applaus 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 Applaus